Hey Leute, hier sind Alex und Sven von Calisthenic Movement und im heutigen Video werden wir das Fitnesskit für euch testen. Dafür haben wir ein Gruppenworkout organisiert, bevor das Ganze aber losgeht, müssen wir das Kit natürlich erstmal aufbauen. Und ich würde sagen, damit legen wir jetzt los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, wir haben das Fitnesskit gerade getestet und wie ihr sehen konntet, haben mehrere Leute gleichzeitig daran trainiert. Es ist also sehr stabil und bietet ausreichend Platz. Meiner Meinung nach ist der Abstand des Barrens optimal gewählt und alle anderen Stangen können variabel eingestellt werden. Was sehr schön ist, ist, dass verschiedene Stangendurchmesser berücksichtigt wurden. Der Barren ist etwas dicker und die Klimmzugstange etwas dünner. Es besteht die Möglichkeit, die Klimmzugstange auch noch weiter nach oben zu bauen, sodass auch große Leute frei hängen können. Man kann optionales Equipment wie diese Ringe hier anbauen und hat dadurch die Möglichkeit, jede Übung an diesem Gerät zu trainieren. Wir können das Gerät nur empfehlen. Es hat ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und wir werden es noch eine Runde daran trainieren. Untertitelung des ZDF für funk, 2017